Hallihallo und herzlich willkommen zum neuen Video heute stelle ich euch kein Kanal oder sonst etwas vor heute spielen wir nur noch unter Gario und diesmal nennen wir uns ganz einfach das letzte Mal als ich es gespielt habe war ich mega gut und das Spiel hatte nicht so gelegt ich verstehe überhaupt nicht wieso jedes Mal wenn ich gerade zocken mag in Ruhe das ganze Spiel so lecken tut also und das erhält mich mega ich weiß nicht ob es dran liegt weil ich das Spiel immer aufnehmen und so aber jetzt spielen wir einfach mal eine Runde jetzt bin ich hier der grünen Ballen letztes Mal war ich auf Platz 8 und ich wollte aufnehmen hatte dann doch keine Lust gehabt und heute werde ich nicht so gut sein so habe ich gerade das Gefühl weil das ganze Spiel ganz einfach lecken tut und wenn das Spiel einfach mega leckt und so dann macht das auch mega kein Spaß und und bleib weg Noob Noob so jetzt haben wir es gerade so geschafft HWD so ja 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 hopp hopp nein 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 also das letzte Mal als ich das Spiel hier gezockt habe ja war ich noch irgendwie mit irgendeiner anderen Webseite verknüpft oh man immer wenn ich es aufnehmen und spiele gehe ich kaputt gehe ich immer wieder kaputt und ich werde kaputt gemacht jetzt bleibt doch mal wieder weg ey Team 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 ja da ist einer der mag Team haben ja 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 aber mir war jetzt hier kein Team oder wollen wir ein Team machen nein natürlich nicht so wir wollen natürlich alleine sehr gut sein da bin ich gerade sehr gute Hoffnung jetzt 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 hopp 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 guck mal hier so Barmer Nein ey das regt nicht doch so was vorne auf und nein Leute ich regt mich gerade nicht künstlich auf weil viele immer wieder sagen ey du regst dich so künstlich auf und so und da muss ich jetzt nochmal an die ganzen Hater noch einmal etwas in dem Video erwähnen weil letztes Mal hatte jemand gemeint schnitte hier schnitte da Pipapo und ja das kommt da hatte ich nicht rausgelöscht sondern ich hatte den einfach blockiert weil mir war es einfach zu blöd jedes Mal zehn Kommentare von solchen Nutzern zu lesen ich meine wenn ihr einmal kommt hier dein Video ist scheiße oder löscht einfach das Video oder Pipapo dann ist es gut aber wir brauchen nicht 10.000 mal das gleiche kommentieren so und wegen den Schnitten muss ich euch eine sagen ich tue nur Videos wie ich schneiden wo ich auch mit dem Handy oder so aufgenommen habe Videos die ich mit Camtasia Studio direkt aufnehme schneide ich nicht das habe ich früher mal gemacht das mache ich schon ewig nicht mehr und jeder wo mich verfolgt oder so im YouTube oder allgemein mal ein Video geschaut hat der müsste es wohl merken ich tue lediglich die Videos auch zusammenschneiden die wirklich lustig sein sollen oder kreativ sein sollen und diese Videos wo ich einfach so aufnehme die sind nicht gerade so kreativ wie die anderen das gehe ich auch um den ehrlich zu und da brauchte ich jetzt mal kommen und sagen ey die Videos und so scheiße das Mikro da macht einfach selbst YouTube und macht selber irgendwelche Videos ich spiele gerne Agario und das habe ich aber schon mehrfach auch erwähnt und deswegen macht immer wieder neue Folgen von Agario Akinator und die ganzen anderen natürlich gibt es noch so auf jetzt spielen die oder fett spielen die auch irgendwelche Games aber die kann ich nicht unbedingt spielen weil ich mal kein Copyright Streit bekommen weil wer das schon mal miterlebt hat im ganzen Internet auf YouTube und so war man jetzt gehe ich kaputt er hätte mich gar voll aufzwingen der ganze Rederei er ist auf YouTube und so mit verfolgt hat letzte Zeit und viele urheberrechtlichen Sachen hochgeladen und das war ich natürlich nicht mal oder Spiele viele Urheber geschützt sind von den ganzen Spiele machen und so oder der Sound von irgendwelchen Spiel machen Urheber geschützt wurden lasst ich so Free Games in Anführungszeichen sein ich hab mich eben fast verschluckt deswegen war das eben so abgehackt die Stimme also ich lasse Free Games einfach mal sein weil ich mache wie ich nur die Free Games gerne wo ich auch weiß hey die haben keinen Urheber weil würde ich da jetzt den Sound original einblenden viele haben mal gemeint ich sollte den Sound verbessern oder so wenn natürlich das ganze Video Urheber geschützt ist dann bringt auch nichts wenn ich jetzt nur den Sound also sprich die Audio Datei von dem ganzen rausrennen dann müde und würde was anderes mit reinpacken weil ja das Video Material dann drin ist und aus dem bestimmten Grund musste ich aus meiner Sicht gesehen viele Videos die ich veröffentlichen veröffentlicht hatte in Anführungszeichen also die waren privat aber die würde ich veröffentlichen die musste ich löschen weil YouTube ist da wirklich strengsten sind dran und wie schnell hat man einfach mal Urheberrechtsverletzung begangen oder etwas anderes und das wollen wir ja nicht deswegen Agario ist Free Akinado ist Free und die ganzen anderen hin und es gibt so viele andere Games noch und dann das Prozent Tanzverbot Comis was schon mal gezockt habe solche Games werde ich jetzt öfter mal spielen aber so andere wie Call of Duty wo jeder spielt nein danke also das nehme ich auch gar nicht rein oder irgendwie Black Ops 3 was also Call of Duty direkt wo man PC spielt oder das Call of Duty Black Ops 3 für die Playstation 3 und so das werde ich keinesfalls spielen aus einem bestimmten Grund Leute dann macht mich kaputt Ich habe auch hier und schädelte er nach wo auch hier und schät das war brutal das war mir am ehemal die wo auch wo auch hier steht er manchmal ist das spiel wirklich nervenkitzel pur aber die schneiden kitzel vorweil du weißt nie geht es kaputt ist nicht kaputt die ist kaputt Obo wo 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 ich bin gerade aber wirklich gut ich probiert noch ein bisschen besser zu werden so jetzt müssten mir immer ein und gleich holen aber welchen die Entscheidung ist groß dahinten da hinten der Ecke nur die Schäger genannt habe er das jetzt nicht die erst nämlich gerade sehen würde er ich schwitze schon nicht weil ich in die gleich aus dem Lippo oder so okay aus dem Tusch auch gleich nein um ich bitte weil jetzt einfach dieses Spiel wirklich Nervenkitzel pur ist und paar Agarjo weiß auch mal Bruder wenn es schon in der Angeholt hat mich nehmen mich auf ist das ein Nervenkitzel pur weil ich mal in der Mäge in der Top-Liste landen und dann auf einmal gehe ich kaputt so jetzt holen wir uns mal hier ein paar jährige die jährige auch nachher auch kommt ihr seid auch so spielfett er war 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 überhaupt bleibt weg bleibe ich bleibe ich wo auch das war ein mega knapp das war auf dem Weg er knapp wo wo wir jetzt 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 verbindet ich jetzt ich mache mal ganz kurz Pause so Leute ich war kaputt gegangen und da war eigentlich war Platz fünf und ja ich bin jetzt das Video ich wollte aufnehmen und dann war ich wieder kaputt gegangen also Leute Ciao Peace and Out ich bin jetzt abONE